Ja! Keine Ahnung, was mit mir los ist. Also, vielleicht erinnern sich die meisten oder irgendwelche Leute noch an den Teil Mutter und Tochter flexen den selben Typen, wo Mutter und Tochter eine Affäre mit dem selben Typen hatten und jetzt sogar die Tochter schwanger ist von ihm. Und genau von dieser Folge schauen wir uns heute den zweiten Teil an Hilf mir, wie die Mutter, so die Tochter zusammen mit dem selben Mann. Danke wie immer an TVNOW, dass ich auf eure grandiosen Hilf mir Folgen reagieren darf. Kuss geht raus, der Link zu TVNOW ist in der Beschreibung. Lass gerne ein Like, dafür mehr Hilf mir und ein Abo auf meinen Neck. Wollen wir starten rein in die Folge, Alter? Ich bin so heiß, ey. Also, ihr erinnert euch, sie ist schwanger. Uh, sie hat schon Beuchlein bekommen. Hat sie schon Beuchlein? Was machst du hier? Hat sie schon Beuchlein? Ich kann auch von der Schule alleine nach Hause kommen. Da bist du ja eigentlich. Was willst du? Ich war in der Schule, wenn es recht ist. Ich weiß alles. Was? Ich habe den Unterpass gefunden und das Ultraschallbild. Ich möchte wissen, wer der Vater ist. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das sind meine Privatsachen. Wieso schnürfst du einfach in meinem Zimmer rum? Das kann doch nicht wahr sein. Ein Grund mehr, dass ich endlich von zu Hause ausziehe. Wo willst du denn hin, Fräulein? Wie willst du das denn mit dem Kind hinkriegen? Ich kriege das schon alleine hin. Das ist nicht dein Problem. Keiner hat dich gefragt. Ich habe dich alleine hochgezogen, ja? Hochgezogen? Wie wir die ein oder anderen YouTuber hochgezogen haben, oder was? Also ich glaube, das heißt eigentlich großgezogen, oder? Jetzt bist du aus dem Gröbsten raus und jetzt kriege ich schon wieder ein Kind an die Backe. Ich habe keinen Bock, Brei zu kochen und Willen zu wechseln. Wer ist der Vater? Es hat ja auch keiner danach gefragt, dass du es machen sollst. Ich mache das schon alleine. Das ist mein Kind. Und du hast damit überhaupt nichts zu tun. Wie naiv bist du denn? Weißt du, was so ein Baby kostet? Wer ist der Vater? Wer ist er? Der wird bluten, bis er schwarz ist. Bluten, bis er schwarz ist? Oh, das ist ein bisschen racist, ja? Was soll das heißen? Was soll diese Aussage heißen? Egal. Wir alle wissen, wer der Vater ist. Der 40-jährige, ungefähr 40-jährige Freund der Mutter. Jeder weiß es, nur sie nicht halt, ne? Nico. Warte. Da bezahle ich ihn dafür, dass er meine Tochter flach legt, sie schwängert? Was sagt der, Miss Kerl, dazu? Wer ist Nico? Mama, reg dich ab. Nein, ich reg mich nicht ab. Was sagt der dazu? Nichts. Das klauen wir nicht. Er wird ja immer besser. Wunderbar, dann werde ich jetzt mal zu ihm fahren und ihm erklären, was für eine Verantwortung er hat. Nein, du spinnst. Ja, 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 ja. Geh raus, ich fahr jetzt hin. Also Nico ist auf jeden Fall nicht der echte Vater. Keine Ahnung, es ist irgendein Mitschüler wahrscheinlich, der ihr dann sogar Nachhilfe gibt oder so. Vielleicht habe ich es auch schon wieder vergessen, was in der ersten Folge passiert ist. Kein Plan. Nein, ich bin nicht peinlich. Du bist naiv. Du fährst jetzt nicht zu Nico. Geh, ich werde dorthin fahren und er wird bluten, bis er schwarz ist. Aber Junge, was hat die mit... Oh, 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 oh. Oh, oh, der arme Nico. Und schon wieder in Aktion, oder was? Hast du denn gar kein Gewissen, du Schwein? Äh, Petra, was gibt dir das Recht, hier aufzukreuzig und so eine Szene zu machen? Weißt du, wen du da knutschst? Diese Drecksau hat deiner besten Freundin ein Kind angehängt. Was? Was soll der Scheiß? Wie kommst du da rauf? Dieser Mist geht, hat Sarah geschwängert. Eher würde ich sterben und tot umfallen, als mit Sarah was zu haben. Okay, das ist natürlich schon sehr nett, sowas vor der Mutter zu sagen. Ich weiß nicht, was man lieber hört. Ich habe deine Tochter geschwängert oder ich werde lieber tot umfallen, bevor ich was mit ihr anfange. Aber der arme Junge, der weiß gar nicht. Der hat gerade die Zeit seines Lebens ein bisschen gönnender. Dann kommt die Mom und labert so ein Kack. Also bitte. Ey, nur weil du einen anderen am Start hast. Petra, das ist ein Missverständnis. Nico würde niemals was mit Sarah haben. Außerdem würde ich davon wissen. Warum? Wie kannst du nicht nur ein bisschen Mistgeld an die Seite stellen? Sarah ist deine beste Freundin. Aber mach doch, was du willst. Du kümmerst dich jetzt um Sarah und das Kind. Ganz ehrlich, jetzt weiß ich, warum Sarah so verrückt ist. Sie hat es von dir geirrt. Du bist jetzt nicht frech. Gib mir die Nummer deiner Mutter, damit ich sie anrufen kann, ihr die Augen öffnen kann. Den hier. Die Nummer will ich haben. Wie asozial bist du denn erzogen worden? Der neue Move. Den hier. Den hier. Ey, der arme Junge. Da wird der noch geschubst. Die Frau wird handgreiflich. 1-1-0. We have a problem. Petra, Mann, du machst mir alles kaputt. Sag mal, seid ihr jetzt hier alle total komplett bescheuert? Ah, Nico, warte auf mich. So. Was, wo, was? Das passiert jetzt. Da kommt die beste Freundin. Fräulein. Du redest jetzt mit mir. Was fällt dir ein, deiner Mom seine verquirlte Scheiße zu erzählen? Oh, beruhig dich doch mal. Ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Du wusstest nicht, was du sonst machen sollst. Oh, der Typ ist doch eh scheiße. Aber, Junge, da guckt mir alles hoch. Musste sie ausgerechnet den Freund ihrer Freundin nehmen? Also, sie hat eine Affäre mit dem Freund ihrer Mom und dann muss sie noch den Freund ihrer besten Freundin beschuldigen, dass er sie geschwängert hat. Kannst du dir nicht irgendeinen anderen ausdenken? Außerdem habe ich gerade überhaupt gar keinen Nerv für deine kleinen Problemchen. Nico ist tausendmal besser als dein scheiß Kerl, Alter, der sein *** in deine Mom steckt und dann in dich. Du musst wirklich sagen, dass es überhaupt scheiße ist. Das weiß ich ganz genau auch selber. Ja, wenigstens weißt du das. Und jetzt gehst du zu Nico und entschuldigst dich und klärst die Scheiße. Sie braucht niemanden. Sie bleibt ganz alleine auf der Welt mit ihrem Kind. Oh, der Gregor da am Werkeln. Wow. Nice. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich glaube, deine Kollegen würden es auch interessieren, was wir beide zu klären haben. Jetzt macht sie eine Szene. Wir haben heute alle frei. Ja, moin. Gibt keinen Kollegen. Ich zackratze das Auto, damit du mir nicht sofort zuhörst. Was soll das? Was spinnst du oder was? Was ist mit der? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Meine Mom läuft ins Amok und ich kann das nicht mehr verstecken. Und Katrin streißt auch rum. Du weißt ganz genau, was passiert, wenn du irgendjemandem etwas davon erzählst. Es ist mir scheißegal, was du über mich rum erzählst. Weil mein Leben kann sowieso nicht immer schlimmer werden, als es jetzt schon ist. Hey. Na und, was hast du vor? Ich werde nicht mehr in meinem Zimmer hocken, während du nebenan mit Mom f***st. Und mir das anhört mit deinem Kind in meinem Bauch. Es ist mir egal. Ich werde mich nicht mehr verstecken und das Kind auch nicht. Du hast aber keine andere Wahl. Doch, hab ich. Ich werde nämlich, ich werde nämlich Mom anrufen, wenn du mir nicht sofort hilfst. Gar nichts wirst du machen. Komm her damit. Gib mir das Ding. Ich lasse mir doch wegen dir nicht mein Leben versauen, weil du blöde bist, die Pille zu nehmen. Aber du hast mich doch mal geliebt. Das reicht mir nicht mehr. Oh Gott. Hey, was passiert jetzt? Ey, aber ganz kurz. Das ist wirklich eine ziemlich miese Situation. Sie ist einfach schwanger von ihm und er beglückt die Mutter im Nebenzimmer, während die da so in ihrem Kinderzimmerhautkund sich so denkt. Nice, Bruder. Was ist los hier? Mal sehen, was er jetzt macht. Mal sehen. Hier rein mit dir. Mann. Er schließt die Einfluss. Lass dich erst wieder aus, wenn du zur Vernunft gekommen bist. Hilfe, er schließt die Einfluss. Denk nach. Ganz, ganz crazy. Und da ruft Petra an. Petra, was ist los? Was ist los, la? Es ist das Handy von der Kleinen gewesen, ne? Jo, wie oft hat sie angerufen, Alter? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, sieben, dreimal, zehn, neun, dreimal, sechs, sieben. Warum umarmst du dich nicht? Quatsch, nein, das würde ich doch nie tun. Ehrlich nicht. Ehrlich nicht? Natürlich würde ich das nicht. Du musst aufhören rumzustressen. Ich kann dir in dieser Situation nicht helfen. Er ist ja nur der Vater. Zeigst du mich noch mal, dass du nett zu mir bist? Ach, ja. Okay, okay, okay. Oh, ja, natürlich. Das allerletzte Mal, komm. Du schaffst es immer wieder, weißt du? Digga, so ein ekliger Mensch! So ein ekliger! Ich bin so froh, dass endlich wieder alles gut ist zwischen uns beiden. Du musst mir jetzt wirklich versprechen, dass du auch ein braves Mädchen bist, okay? Alles, was du willst. Okay. Sie will einfach nur... Simi! Was ist denn los mit der? Ach so. Der ekliger, wirklich. Du Arschloch! Seit Stunden versuche ich dich zu erreichen. Warum gehst du nicht an dein verdammtes Handy? Sarah ist weg, ich mache mir Sorgen. Aber... Wie siehst denn du aus? Nee! Ich glaube es doch nicht! Ich brauche deine Hilfe und du ***! Eine andere? Wer ist die Schlampe? Wer? Das ist doch Blödsinn. Lass uns bitte Sarah suchen. Komm, das ist jetzt viel wichtiger. Willst du mich verarschen? Es wird jetzt rauskommen. Boom! Ihr? Seit wann geht das schon? Du bist der Vater des Babys! Das ist nicht so, wie ich ausschaut! Ihr habt mich die ganze Zeit belogen und betrogen? Mama, beruhig dich zu schauen! Ihr seid so scheiße! Ihr seid so asozial, ja? Mama, beruhig dich! Nein! Mama, beruhig dich! Geht gar nicht! Wo soll ich mich beruhigen? Sie verteilt gleich Fäuste! Ich will euch beide nicht mehr sehen! Nein! Ich könnte kotzen! Petra, jetzt bleib doch hier! Mama, bleib hier! Ich weiß ja nicht, ob es was Schlimmeres gibt. Also einfach einen schlimmeren Vertrauensmissbruch, als wenn deine Tochter einfach was mit deinem Freund hat. Junge, Geisteskrank! Du bist einfach von deinem Freund und von deiner Tochter verarscht! Oh mein Gott! Ja... Ist da nix so zu sagen? Aber hey, sag mal, mit dem Baby eigentlich alles okay? Ja, also inzwischen freue ich mich sogar auf den kleinen Kerl ein bisschen. Maschallah! Ein guter Kindheim ist auch voll nett eigentlich. Schon die anderen Mädels sind cool und die Sozialarbeiterinnen geben ihr Bestes und alles cool. Ach ja. Und deine Mom? Ja, die hat sich immer noch nicht gemeldet. Ich kann das auch verstehen, dass sie sauer ist. Aber ich will eigentlich nur mal wieder mit dir reden, ganz vernünftig. Also verständlich, dass die Mom sich da erstmal nicht meldet. Muss ich ehrlich sagen, weil es gibt so viele Typen. Kannst du dir nicht irgendeinen anderen suchen? Muss es denn der Freund deiner Mutter sein? Und Gregor? Zahlt er? Das macht alles meine Sozialarbeiterin. Also ich hab damit nix zu tun. Aber sie hat ihn jetzt so weit, dass er auf jeden Fall zusagt, dass er auf jeden Fall zahlt. Aber er will halt den Kleinen nicht sehen. Junge, der Bauch sieht ein bisschen aus wie bei Can, muss ich sagen. Vielleicht ist Can auch einfach schwanger. Seit fünf Jahren. Och, süß! Die sind ein süßes Paar. Sollen die doch einfach zusammenkommen, ganz ehrlich. Das war's für heute, Freunde. Das war's für die heutige Hilf mir Reaktion. Lass gerne ein Like da. Können mir schreiben, auf welche Hilf mir Folge ich noch reagieren soll. Was so richtig geile Schmacko Fuzzi Folgen sind. Hau rein. Ciao, Kakao.